Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir blicken wieder auf den DAX, der sich gestern am Montag im Bereich von 15.700 Zählern eingependelt hat. Wir sehen es, 15.701. Die Vorbörse ist leicht schwächer, aber nur unwesentlich ein paar Pünktchen. Die Welt, die Anlegerwelt blickt nach Amerika heute Nachmittag, wenn die nächsten Inflationsdaten anstehen. Insgesamt erhofft man sich, dass die Inflationsrate nicht weiter steigt, weil das würde den Druck auf die FED erhöhen, nächste Woche dann vielleicht noch aggressiver mit dem Thema Tapering umzugehen. Das will man nicht. So wie es ist, wäre für alle Seiten das beste Umfeld. Und ja, deswegen warten wir gespannt auf die Zahlen heute Nachmittag. Bis dahin wahrscheinlich eher ein ruhiger Handel. Wir schauen uns mal die Charttechnik an. Also, wir sehen weiterhin diese Seitwärtsbewegung, die sich jetzt durch den kurzfristigen Kursrutsch letzte Woche etwas verbreitet hat. Wir waren ursprünglich immer zwischen 15.600 und 16.000 Punkten gelegen. Hat sich jetzt etwas vergrößert diese Handelsspanne bis 15.450 Zähler etwa. Und jetzt sind wir eben wieder mal in der Mitte dieser Handelsspanne. Und von daher, ja, minus 1,5 Punkte. Das war zu erwarten, dass sie hier wenig tut. Es gibt auch von Unternehmensseite kaum Neuigkeiten. Vonovia, haben Sie mitbekommen, will ja die Deutsche Wohnen übernehmen. Hat jetzt eine Mindest- oder die Mindestannahmeschwelle gestrichen, um auch hier vielleicht scheibchenweise den Konkurrenten zu übernehmen. Also, da wird mittelfristig ein neuer Wert reinkommen. Aber das spielt ohnehin jetzt keine neue. Wir blicken aufs Produkt. Perfekt. 9,88 Geldkurs. Wir nähern uns der Maximal-Auszahlung von 10 Euro. 17. ist Deadline für diesen Inline-Optionsschein. Und da dürfte nicht mehr viel passieren. Die 10 Euro sind Ihnen sicher. Wenn Sie 4,33 bezahlt haben, haben Sie 130 Prozent etwa Gewinn gemacht. Ist so schlecht nicht. Wir blicken nochmal auf die Tafel. Dürfte sich wenig getan haben. Genau. Also, warten wir die Inflationsdaten heute Nachmittag ab. Wir werden uns dazu äußern. Sie werden morgen früh wieder von mir hören. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute.